Ich habe mich bei diesem Rezept als Beilage für Sushi-Reis entschieden. Du kannst aber auch Salat oder einfach einen Bowl machen. Hier wasche ich den Sushi-Reis mindestens 5-7 Mal durch, damit das Wasser nicht mehr trüb ist. Und dann koche ich ihn einfach im Reiskocher. Das Rezept dazu findest du auch in meinen Rezepten. Dann schneide ich den Tofu, 250 Gramm Tofu, in kleine Stücke. Und brate das Ganze in einem Esslöffel Kokosöl an. Danach stelle ich den Tofu auf die Seite. Ich erhitze die Pfanne mit 2 Esslöffel Kokosöl und gebe dann die Knoblauchzehe hinzu. Nach dem Knoblauch füge ich die Tapioca-Stärke hinzu, 1 Teelöffel. Dann kommt Ahornsirup, 1 Esslöffel. Und dann 2 Esslöffel Sojasauce dazu. Danach gebe ich den Saft, einen halben Limette, in die Mischung. Und würze mit etwas Pfeffer. Paprika. Ein paar Chiliflocken. Und ganz wenig Salz. Nicht zu viel Salz, weil die Sojasauce hat schon genug Salz. Danach gebe ich den Tofu hinzu. Und mische das Ganze, bis es karamellisiert. Dann richte ich das Teller an, mit etwas Reis, dem Tofu, eine Limette und etwas Sesamsamen. Und das Ganze, bis es in der蘇 ER oder Moawooda gibt. Und jetzt muss ich das Koffeln. Abs della Urban dattun. Dann r глаз mit einer godin wandern.